Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute wollte ich dir mal mein Lieblingsgetränk präsentieren. Und zwar ist es hier dieses Slick Essence von Young Living. Das ist eine ganz tolle Mischung aus Grapefruit, Mandarine, Zitrone, grüner Minze und Okotea. Und es schmeckt wirklich total genial. Ich nehme hier immer ein Liter Wasser in der Glasflasche, weil da ist auch Zitrone drin und Zitrone greift Kunststoff an. Und dann brauchen wir hier für ein Liter Wasser brauchen wir einen Tropfen von dieser Slick Essence. Das schüttle ich jetzt mal kurz. Und dann kann man es auch schon genießen. Der Apfel scheint auch durstig zu sein. Es riecht schon total genial und es schmeckt auch total genial. Es ist super erfrischend durch die Mandarine, die Zitrone. Und das Okotea, das bringt so einen leichten Zimtgeschmack mit rein. Also es ist wirklich eine total geniale Kombination. Und das Geniale daran ist, dass du bei bewusster, gesunder Ernährung und körperlicher Aktivität auch noch einen natürlichen Abnehmeffekt dadurch hast. Das wirkt auf das Hungergefühl, auf die Geruchsrezeptoren und das dämpft dein Hungergefühl und unterstützt dich dabei, einfach nicht so viel zu essen und nimmt dir auch so ein bisschen den Hunger, wenn du es immer regelmäßig trinkst. Also ich trinke immer so 1-2 Liter am Tag, weil ich einfach den Geschmack liebe und ich finde es so erfrischend und ich mag es einfach total gerne. Und das coole ist wirklich, dass du einfach noch dabei unterstützt wirst, wenn du abnehmen möchtest, dass es einfach so ein bisschen dein Hungergefühl kontrolliert und zügelt. Probier es einfach mal aus. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir auch ein Feedback gibst, wie du es geschmacklich empfindest und ob du eine Veränderung in deinem Körper spürst, ob du weniger Hunger hast, wenn du es trinkst. Ja, es würde mich total interessieren und ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren und du hast Lust, das mal auszuprobieren. Und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder sehen. Bis dahin. Ciao. Ciao.